Was ist das, dass Christoph vor seinem Tod kein Kind im Arzt hat? Dass einem kein Baby von ihm erwartet. Ich würde hier alles erdenken, ich würde hier alles erdenken. Ich weiß, so wie er Christoph Kontakind Kinder erzeugen ist. Ich kann sie nur singen, wo es ist, der mit der Gitarre umheizt. Da war ein bisschen die Götter mit der Gitarre umheizt. Ich hatte die Gitarre umheizt. Dann habe ich die Schauspielerin Patti Smith spielten und Achim Prinz Charles. Kannst du dich noch entsinnen? Achim Prinz Charles. Achim Prinz Charles, Achim. Ich spielte Prinz Charles. Tut mir auch so leid, tut mir so leid. Der Ofer, der tut mir so leid. Das war schon immer so leid und her. Ich habe große Ergänzsungen. Heute tries es unter mir zu machen. Dann schreien ich die Gitarre. Oder ich habe nein, die Gitarre. Ich nehme noch einen schönen Tag. Es war schon ein glückliches Brett. Ich bin ein glückliches Brett. Ich nehme noch ein Blase. Ich bin mir ein glückliches Brett. Ich bin ein glückliches Brett. Ich bin so ein glückliches Brett. Ich hab die ganze Nacht nicht geschlafen, die ganze Nacht. Und warum? Ich bin hier eigentlich nicht, hier im Zug eigentlich nicht. Ich weiß es nicht, ich mach gerne die Nacht durch, ich mach das gerne. Ich hab auch Kaffee getrunken durch, damit ich mich wach halte, damit ich mich einstaffe. Kaffeemehl brüht türkischer Mehl, brüht nicht mit der Maschine. Ich hab ja nur eine Kaffeemaschine im Container gefunden, nicht schwarze. Ich weiß nicht, wie schlingen Sie, Vater, bloß in schwarz? Läuft da nicht, was Sie tun. Aber diese Faustsache, die machen Sie, glaube ich, nicht am DMT. Die Dauer wurde von der Fahrt veröffentlicht. Die Trauer von ihnen war selber wichtig. Und dann haben sie Christoph Saag rausgetragen und weggefahren. Der wird ohne Besetzung und da wird die Archive das Mail verschreut. Das habe ich in der Zeitung gelesen. Hast du in der Zeitung gelesen, ja. Guck mal bitte in die Kamera und lach mal. Das ist ganz toll. War wunderbar. Auch das Essen war schön gewesen. Haben wir uns schön unterhalten. Elke war da gewesen. Ich habe einen herzlichen Gruß ausgerichtet. Und schönen Gruß von Einer soll ich dir zurück bestellen. Schönen Gruß von Einer. Und es ist ja nur verheiratet, Jimmy. Ich bin ja nur Witwe. Ich war ja nur mit dem Aachen verheiratet. Richtig. Ist dich daran. Ist dich daran. Muss ich mir nicht mehr so ein... Ich hab mir nicht mehr gesehen. Ja. Ich bin ja nicht mehr. Vielen Dank.